Ja, hast du lacht gleich oder was? Ja, Tim, wirst du nicht vergessen, tief ein, aus, wie du es gelernt hast. Pressen, pressen, wie im Schwangerschaftstraining. Dirk, zwei Tonen, ein Gedanke. Nein! Oha, 40, 1, 40, ja. Der weiß schon nicht mehr, warum er lacht, das ist das Lustige, der Mann. Oh, scheiße. Der hat schon Muskelkarte vom Lachen. Der hat schon Bauchschmerzen vom Lachen, du bist aber nicht mehr auf Trainings-Dour. Der hat auch was gekippt. Der hat zu viel mit Wassel gechatt, glaube ich. War, hat ihr zusammen Astronauten gesucht, oder was? Hey, Wassel, du darfst ihn nicht auf deine Ton mitnehmen, das ist nicht gut. Hey, Wassel, das geht nicht klar, dass du hier unsere Member so fertig machst. Der ist gemütet, ne? Das ist mir egal. Wassel, wer hat vorhin die ganze Zeit Wassel gerufen? Ach, ja. Obwohl, er ging nicht so. Ich glaube, gleich kommt Mama hoch. Vielleicht sagt Mama wieder, was ist los? Also Lisa, wir müssen nicht wirklich anweisen, gell? Ne, das wollte die Marmott mit der Schöne. Warum lachst du überhaupt? Bist du behindert? Der freut sich darauf, dir einen reinzudrücken. Der freut sich darauf, dir einen reinzudrücken. Alter, das kann ich mir vorstellen. Ja, dann würde ich mich auch freuen, aber das wird anders verklingen. Oh nein, ich meine, wenn es ein Udo wäre. Ah, ja, ja, was hier? Ach ja, wenn es ein Udo wäre. Ich bin schon ein Bauch, Sparze. Alter, der hört sich an wie Sweet, Alter. Der hört sich an wie Sweet, Alter. Ohne Spaß. Deswegen. Der schwingt sich doch gerade ein, oder? Ja, wahrscheinlich. Warte, ich gucke mal Tiny. Warte, ich gucke mal Tiny. Der hat mit dem Pani, oder? Nee, der hängt einfach nur komplett schatt in der Ecke da rum. Ich kriege keine Luft mehr. Ach, der Pani auch nur was? Ja, ja. Ich frage den mir jetzt jetzt. Der hängt da hinten komplett tot in der Ecke, Mann. Ich kriege gar keine Luft mehr. Normaler Raum? Irgendwann geht der Raum, Mann. Nein, 1er. Du müsstest sein Kopf einfach mal sehen, Alter. Der belächtet mehr als sein ganzes Zimmer, Alter. Kein Zimmer ist ja auch nur los. Weißt du, normal hat er keine Beläuchtung, jetzt ist sein Head da hier Atomkitz. Scheiße, Mann. Guck mal, da hinten die Lampe ist schon ganz rot geworden. Aber echt nicht. Es war nur hart wegen der Mittigkeiten. Grabi, geht's doch? Oh, oh, oh. Schleck. Läuft besser, Mann. Oh, meine Augen brennen. Warum? Ja, ich hatte vor was Schafes in der Hand. Ach, sieh was Schafes in der Hand oder so. Du hattest was Schafes in der Hand. Aha. Interessant. Ich würde dir einfach mal empfehlen öfter als an Weihnachten duschen zu gehen. Also dann gellert auch nicht so. Das ist ein bisschen zu weiter Abstand. Tief ein. Tief ein. Oh ja. Hahaha. Das ist aus dem Fußfaden. What the hell, Alter. Ich zieh so nach, Mann. Wie ist das nicht mehr einkriegt, Alter? Das ist eine blöde Kamera. Oh man. Das kommt damit gar nicht, wie er geht. Da weiß ich nicht mehr warum danach. Das ist eh das Allerschlimmste. Wenn du es nicht mehr weißt, lass uns nicht weiter. User join your channel. Oh man. User join your channel. Raus. Raus mit euch. Raus. Weiß ich gar nicht mehr.